Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Ja, ich habe in der letzten Folge, ja mehr oder weniger unfreiwillig, offscreen mir tatsächlich endlich mein letztes Teammitglied gefangen, nämlich Raps, aka Quapsel. Ja, warum mehr oder weniger unfreiwillig? Eigentlich war die Folge aufgenommen, nur irgendwie passt das mit der Videoaufnahme nicht. Ich hatte 3 Minuten Videoaufnahme bei ca. 30 Minuten Tonaufnahme, dementsprechend mehr oder weniger unfreiwillig. Ich wollte euch nicht 27 Minuten von 30 einen Black Screen zeigen, sondern eigentlich voll sein. Deswegen habe ich gesagt, okay, es ist eh nicht viel passiert. Ich habe eh nicht viel gemacht. Ich habe wirklich nur Quapsel gesucht, die ganze Zeit, diversen Routen. Ich habe es dann am Ende kurz vor der Siegestracht, nicht auf der Siegestracht, sondern kurz vorher gefangen, auf den Routen da, auf der Wasserroute. Da ich verworten habe, komme ich relativ weit. Ich habe auch in Azurias City gesucht, da diese Wasserroute, die daneben ist, die zu der Azurias Höhle führt und auch auf der Route links von Vertania City. Wenn ihr das zweite Mal eigentlich auf euren Rivalen trefft, ziemlich am Anfang des Spiels, waren wir da mal. Da gibt es auch diese Wasserroute, wo die Luran und so zu fangen sind. Wisst ihr? Ich glaube, Bruder, ist das Route 21, glaube ich. Ich weiß es aber nicht auswendig tatsächlich. Wie dem was war, ist auch egal. Ich habe es gefangen jetzt auf jeden Fall und ja, passt auf jeden Fall. Wunderbar. So, heute, ja, so habe ich noch gemacht. Genau, also offscreen, ich habe mir die letzten beiden, ich habe mir noch zwei VMS geholt. Ja, apika, apika, wunderbar, freut sich auf jeden Fall. Und zwar geheime Techniken, ich habe mir die letzten beiden VMS geholt und zwar den Wellensport. Äh, die gab es, wo der Typ mit dem Lapras steht, kurz vor der Safari-Zone. Früher gab es ja in der Safari-Zone. Und die VM-Wuchtstoß, da gab es, äh, die gab es von dem alten Wärter, dem man die Gold-Szene bringt, wisst ihr? Die Gold-Szene, die gab es ein bisschen weiter unterhalb von Fuchs an. Jetzt sieht die Team Rocket, hatte sie versteckt. Äh, oder bis wir es gefunden und hat gedacht, hey, damit kann man nichts anfangen, deswegen haben wir die bekommen. Wunderbar. So, okay, wie die mal sagen, wir machen weiter heute mit dem, hoffentlich, Kampf um Orden Nummer 6. Liebe Leute, wir kämpfen heute gegen Sabrina, also nur eine Folge, nur geht nach Koga, geht's heute mit dem nächsten Orden weiter. Nämlich, Orden Nummer 6, der Sumpfer. Entschuldigung, natürlich der Seelen-Orden. Zeig mir ein Pokémon, das mindestens Level 45 erreicht hat, wenn du die Arena betreten möchtest. Ähm, okay, Level 47. Das sieht gut aus, dass ein Pokémon dabei, das mindestens Level 45 erreicht hat. Jetzt hält ich nichts mehr davon ab, die Arena-Leiterin Sabrina herauszufordern. So, wir müssen auf diesen Teleporter hier, oder auf diese Teleporter, aber das ist cool gemacht, auf jeden Fall. Die Arena hat auf jeden Fall deutlich mehr, als die letzten Arenen. So, wir gucken mal, ob wir natürlich mal Trainer mitnehmen können. Da wollen wir auch Trainer. So, den nehmen wir mit. Machen wir unsere Psycho-Kräfteangst? Kämpfe, Kämpfe, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. So, ich habe mir bei mir einen Analy-Drink geholt. Ja, ich weiß, die sind ungesund, aber ich brauche jetzt gerade einen. Gut, ähm, ein Lammus. Ein Wasser zwischen Pokémon. Von dieser jungen Dame. Mit Level 41 hat es tatsächlich. Und Pikachu greift jetzt mit Donnerblitz erstmal an, aber es wird... Oh, es wird Lammus doch killen. Ich hatte eigentlich gedacht, okay, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wir gehen drauf auf jeden Fall mit unserem Freund Pikachu. Ja, Pikachu ist gut. Und das nächste Pokémon ist ein Kadabra. Ich bleib bei Pikachu. Ich bleib bei Pikachu. Weil der Name kommt Pikachu ist quasi... Ein Wasser, ein weibliches Pikachu ist. Der Name Joel ist quasi der Name von meiner Freundin. Vielleicht hört ihr die auch irgendwann mal in irgendeinem Let's Play, wenn ich wirklich drüben wohne, weil es kann sein, dass es Anfang November für mich mit einem Umzug geht. Da werden halt auch weniger Videos, wahrscheinlich auch sogar gar keine Videos kommen in einer gewissen Zeit, weil ich muss auch noch alles in den Griff bekommen. Internet und so. Und, äh, das kann theoretisch auch so ein bisschen dauern. Ich hoffe nicht allzu lang in die Pause, ähm, aber ich kann euch nichts versprechen. Aber das wird wahrscheinlich so Richtung Anfang November irgendwo das erste November-Wochenende werden oder die erste November-Woche grob in die Richtung. Ah, ich glaub es nicht. Ich hab verloren. Ja. So ist das. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Weil Sabrina wahrscheinlich eine durchaus harte Nuss wird. Sabrina ist zwar jünger als ich, aber ich hab trotzdem großen Respekt vor ihr. Oh ja, vor Sabrina sollte man durchaus Respekt haben. Ich würde mal spontan sagen, dass sie mit der härteste Kampf, ähm, sein wird. Und wenn nicht sogar der härteste Kampf. So, anfangen wird, äh, fängt die junge Dame mit einem Rosana an. Einem als Psycho-Pokémon Durchbruch. Ich weiß, gegen Psycho-Pokémon nicht wirklich effektiv. Oh, Todeskuss. Ich glaub wir schlafen. Ich glaub, das ist die Schlafattacke, oder? Das ist Verwirrung. Ne, ich schlafe. Okay. Das ist, äh, Roxanas Spezialattacke. Der Todeskuss. So, hab ich irgendwo einen Aufwecker? Ja, hier hab ich einen. So, einmal kurz Aufwecker. Ja, gut, da kommt's für Psycho-Chinese. Aber noch ist das gute Pikachu. Overleveled. Mit 5 Level Plus. Also 747 hat's mittlerweile. Und weil noch mit 48 kommen. Das ist nicht mehr weit. So, dieser Arztrainer. Oder Arztrainerin. Ist besiegt. So, da gehen wir mal. All den Hyperdrunk einsetzen. Wie verbraucht denn überhaupt Quapsel noch, sich zu entwickeln? Ja, ja, ist gut. Stimmt, ist das wegen dem. Äh, Team. Moment. Da hab ich nicht doch irgendwo tatsächlich, äh, ne, 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 Bommung langs? Hab ich nicht. Ne, Stärkungsdaten. Hat es Stärkungsdaten? Ne, weiß nicht, ne? Nicht möglich, okay. Noch nicht ganz Bommung glas. Das wäre ein Bommung glas gewesen. Okay, Level 60 brauchen wir noch nicht. Bommung, Initiative. Ich balle da gerade mal kurz die Bonbons rein. Obwohl das gar nicht mal so schlecht ist, das Pokémon-Level als Grundform. Oh, ich habe keine, nicht genug. Ja, ich balle da jetzt gerade mal kurz mein Quaps und alles rein, damit deren auch irgendwann mal vollwertiges Team geht. Und mit 82 Sammies auch gefangen. Also es ist noch nicht trainiert. Es dürfte sich dann auch mit dem nächsten Level wickeln. Und dann kann ich es euch hochziehen zu Quapo. Spezial haben wir, okay, ich denke, Level 60. Alles Level 60, okay, haben wir noch nicht. Fast Level 48 für Pikachu mittlerweile. So. Gut, dann. Ich vermute, dass wir da haben müssen. Normalerweise muss man oben und unten immer gehen, aber... Ah, ein Trainer, der zieht sich diese Welt, Irrt. Ja. So ist das manchmal. Du kommst mit einem Apollo. Apollo ist kein eigener Psycho-Pokémon in diesem Sinne. Es ist nämlich ein Geist-Begift-Pokémon. Die haben es ja bei Koga gesehen. Da gab es glaube ich vier Stücke. Koga relativ gut gemeistert haben. Und hoffentlich auch mit Sabrina. Keine so großen Probleme haben werden. Und jetzt erreicht die Kaja auch Level 48. Und Bisa-Floor Level 45. So, du hast noch ein Alpoio. Da kriegst du also nochmal einen Donnerblitz ab. Voller auf die Uhr. Oh, das war viel von der Zeit her. Haha. Ausgewichen. Ja, mir gefällt das einfach nicht, dass wir jetzt wirklich nach dem 5. oder 6. Orden wirklich jetzt rapide Richtung Geschichtsende gehen. Weil wir kriegen direkt den 6. Orden hinterher. Den machen wir heute. Und dann ist es nicht mehr so weit, bis Ort Nummer 7. Also ich vermute, dass wir mal Glück haben, noch 2, 3 Folgen sind. Dann haben wir schon Ort Nummer 7 in der Tasche. Und da kann man auch schon fast auf Ort Nummer 8 gehen. Also die letzten 4, 3, 4 Orden, die gehen wirklich zack, zack, zack hintereinander weg. Das gefällt mir nicht. Das ist ein bisschen schade. Da haben sie ein bisschen dann gesagt, komm, jetzt haben wir nichts mehr mit der Geschichte zu tun. Jetzt kann man ein bisschen dran ziehen. So habe ich jetzt den richtigen Weg gewählt. Ich hoffe natürlich, dass ich da rüber muss. Ah, okay. Habe ich dich schon gewählt? Habe ich dich schon gewählt? Okay, dann muss ich doch an einen anderen Weg gehen. Das meine ich. Dann geht es hier weiter, hoffentlich. Ich kenne die Wege nicht auswendig immer. Ich probiere jetzt auch einfach nur rum. Was ist denn jetzt mal los? Warte mal, ich bin jetzt komplett aus dem... Jetzt glaube ich, ich komme mit dem Kreis, oder was? Warte mal, jetzt muss ich tatsächlich rum suchen. Naja, es ist jetzt... Sorry, da wird jetzt gerade ein bisschen... ...dann können wir hier weiter versuchen, mal weiterzukommen. Habe ich dich schon besiegt? Okay, dann muss ich es tatsächlich jetzt in der Komplettlösung suchen. Ah, ist das ärgerlich. Ich habe da mein Handy jetzt gerade nicht hier. Das ist das Problem. Das hier liegt in der Hose noch. Ich bin nämlich gerade vom Einkaufen jetzt zurück. Okay, ich hoffe, wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Weil die Strelle kennen wir nämlich noch nicht. So, den Trainer kennen wir auch noch nicht. Genau, so ist es. Ich glaube, da sind wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Du kommst mit einem Kadabra. Er hat über zwei Pokémon. Wahrscheinlich ein Kadabra und... Er hat zwei Kadabra oder ein Panty-Mutter. Irgendwie sowas in die Richtung. Also es wird definitiv alles anders als einfach werden. Heute. Ein Kadabra, der möchte auf jeden Fall ein bisschen mehr arbeiten. 41 zieht er uns ab mit dem Nachtnebel. Das heißt, wir sitzen auf Durchbruch. Und dann müsste es eigentlich gar nicht sein. Das Viech hat so schwache Verteilungswerte. Das sollte eigentlich reichen. Jawohl, tut's auch. Dachte mir, dachte mir schon, dass es noch ein zweites Kadabra hat. Und das hat diesmal Level 42. Wenn ich neben der Heide hat, hat sich ab... ...muchte ich im Genese. Das könnte tot... ...tötig werden. Das könnte richtig fies werden. Tut's aber nicht. So, und der nächste... Der Durchbruch passt auch noch hinterher. Zack. Ja, wunderbar. Und Tschüss. Kadabra. So, bye bye, adios. Das Thema hat sich erledigt mit Kadabra. Der müsste den Weg sehen. Okay. Haben wir jetzt noch Riener schon? Da sind noch die... Oder da? Ich weiß ja nicht, ob wir die schon hatten. Deswegen... Einmal kurz aufladen. Ich kann die Zukunft sehen. Durch. Wir werden kämpfen. Ja, welche eine Überraschung. So. Hi, Paulo. Jetzt kommen wir bitte nicht mit drei Stück. Tieffschlag. Das ist eine Überraschung. Das können die nämlich sehr gerne. Genauso wie Mogul. Das ist eine unnötige Attacke, wenn ich ehrlich bin. 35 für Hypno. Ja, Hypno ist auch ein bisschen underleveled. Das ist aber auch sehr, sehr spät erst ins Ziel gekommen. In Team gekommen. So, umsinnig. So, nächster Apollo auch dauernd. Lass mich raten. Du hast ja das dritteste Apollo noch direkt hinterher. Ja. Welche eine Überraschung. So, ist die Psycho-Pokémon ausgegangen oder was? Das ist genug eigentlich. Na gut, in der ersten Generation gab es nicht mehr so mega viele. Aber sie bemühen sich zumindest noch nicht immer das gleiche zu bringen. Weil das hatten sie mich in der ersten, im ersten Teil in Rot-Blau-Geld. Damals mit Abra, mit Kadabra und so. Und Traumato und Hypno, die sie dann auch bei Koga gebracht haben mit Psycho-Pokémon. Die eigentlich hierher gepasst hätten. Weil die keine Gift-Pokémon hatten. So, jetzt ist die Frage, wie geht es weiter da oben, ne? So, habe ich dich schon gehabt? Die Serena ist eine bekannte Trainingsstätte für und übersinnig Begabte wie mich. So, du willst Sabrina herausfordern, oder? Das kann ich sofort erkennen. Na gut. Jetzt kommt sie mit Mügen noch. So. Dann einmal Donner drauf. Jawohl, die Attacke dreht. Aber ich denke immer, dass es hier wieder wegsteckt wird. Oh ja, mit der halben, halben Ding ist es sich nicht gedacht. Ach ha. So, jetzt nochmal, komm. Nochmal Donner und dann ist das Viech down. Ja, aber jetzt müsste es eigentlich Geschichte sein. Das hat eben die Hälfte abgezogen. Und wenn ich Glück habe, wenn ich Fäger bin, dann hat es noch ein 40 hin. Hat es aber nicht. Tschüss, Hypno. Der wird 43 Akane. Der Seer ist Geschichte. So, jetzt höre ich, dass ich das in den richtigen Treffer setze. Ich glaube, ja, das sieht gut aus. Und wir sind bei Sabrina, liebe Leute. So, jetzt muss ich ein bisschen mit Tima ein bisschen wieder auffallen. Ich mache das mit Pikachu. Ich probiere es zumindest. Ach Gott, wir haben immer noch. Oh, mein Gott, jetzt bin ich heller. So. Dann gehen wir mal auf Donnerblitz. Ich speichere kurz und dann kümmern wir uns mit unserem Regen an den Leuten. So. Da bist du ja. Ich habe vorausgesehen, dass du kommen würdest. Seit ich als Kind mal einen Löffel runtergeworfen habe und er sich auf unnatürliche Art verbogen hat, weiß ich, ich besetze immer natürliche Kräfte. Deshalb dann für mich auch die Meisterin der psychischen Pokémon. Ich kämpfe nur ungern, aber deine Gedanken verraten mir, dass du darauf bestehen wirst. Wenn es dein Wunsch ist, möchte ich zeigen, wozu ich fähig bin. Boah, diese Augen. Die ist extrem entschlossen. Da müssen wir höllisch aufpassen, liebe Leute. So. Sie fängt also mit einem Pantymon. Sie hat immer vier Pokémon, also das ist durchaus nicht ohne, dass sie da hat. Ich glaube, sie hat einen Pantymon, sie hat einen Kadabra, sie wird einen Sinsalam und ich weiß noch nicht, was sie jetzt willst. Ob sie das Omo oder aus der ersten Generation hat, weiß ich nicht. Wir fangen mal an mit Donnerwelle. Um mal ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Duell zu nehmen. 43, ich wollte gerade sagen, 48, das wird ziemlich heftig. Jawohl, es ist paralysiert, dieses Pantymon. Also dieses Pokémon ist langsamer. Wir greifen mal mit Donner. Und Donner trifft. Das reicht nicht, ein Pantymon zu grillen. Jawohl, es landet sogar ein Volltreffer, also... Es wird definitiv alles auch so einfach. So, einmal Donnerblitz hier daher und mach es kaputt. Jawohl, erstes Pokémon von Sabrina ist erstmal besiegt. Und das nächste ist ein Lammus. Lammus sollte kein Problem sein für Pikachu. Ansonsten kriege ich Lammus es mit Bisa Flur zu tun. Wir hatten, glaube ich, eben mal eine 41er oder 40er Lammus. Das hat es nicht weggesteckt. Und ich glaube, dass das auch nicht passiert. Nein, es passt. Es bleibt dabei. Ich habe eigentlich vermutet, dass es sie jetzt heilt. Aber dann machen wir es mal kurz. So, das Lammus ist down. Okay, gut. Dann haben wir uns wieder. Dann wird sich wahrscheinlich jetzt mit Kadabra und Simsala kommen. Von wegen, Asana. Dann gehen wir jetzt auf Harkani. Das solltest du aber eigentlich wegstecken, Harkani. Ja, du das auch. Mit etwas mehr als die Hälfte. Mit dem Flammenwurf sollte das kein Problem sein. Und das Lammus wird wahrscheinlich Simsala sein. Ich glaube, dass sie den... Ihren Trump auf jeden Fall für das Ende noch aufbewahrt. Völlig eine Überraschung. Level 44. Und dann gehe ich jetzt mit Hitzewelle drauf. Ja, Simsala wird auf jeden Fall der Checker sein. Das wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Und es ist besiegt, das sind... Alter, das ist unser Harkani. Oh, wir haben verliert unser erstes Pokémon. Hm. Hm. Ich muss Pikachu-Haar holen wieder. Ansonsten kriegen wir gerade richtig auf die Fresse. Ich glaube, dass... Wir haben uns gerade das Rennen kaputt... Wir haben uns das Ding gerade kaputt gefahren. Oder gemacht hier. Ähm... Gut. Dann gehe ich jetzt auf Schwugball. Er probiert weiter mit Psychokinese. Also greift uns also mit Psychokinese. Ich glaube, noch zwei kann ich wegsetzen. Ja, zwei kann ich noch wegstecken. Okay, dann machen wir das so. Dann greife ich nochmal an. Jetzt ist es Nachtnebel. Nachtnebelgrill ist nicht effektiv. Es reicht nicht. So, jetzt setze ich ein bisschen von der Verteidigung weg. Wir machen es anders. Ich probiere es irgendwie durchzuhalten. Er wird jetzt weiterhin auf... Psychokinese. Das zieht uns drei... Äh, drei... Dreißig Leben ab. So. Kann er mal machen. Drei da war ja nur schlecht. Also ein da war auf jeden Fall nur schlucken. So. Jetzt müsste es eigentlich down sein. So, wenn er jetzt keinen Volltreffer sendet, haben wir es. Tut er nicht. Und wir haben es. Wir haben leider kein Level abbekommen. In der Arena. Aber verloren ist verloren. Ich muss ganz offen gestehen. Ich habe vielleicht nicht alles gegeben. Naja. So war es gut. Muss man nur auf jeden Fall sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Hypno so durchzieht. Durch, äh, durchhält. In der Anerkennung deines Sieges vielleicht in den Sumpf-Orden. Wort Nummer 6. Liebe Leute. Mit dem Sumpf-Orden gönnen nun alle Pokémon, die du von anderen Trainer erhältst. Vorauswärts, ihr Level ist nicht höher als 70. Ach, und eben noch diese TM-Ferminidime. Gedankgut. Okay. Ja. Hört die... Spezialverteil... Äh, den Spezialangriff. Seine Spezialverteilung. Psychische Kräfte sind nicht bloß einem kleinen Kreis an Menschen vorbehalten. Tja, ich kann sie das hier ändern. Viele wissen es noch nicht. Ja, wir haben es. Liebe Leute. So, wir haben alle Aufgaben erledigt. Wir haben Sabrina geholt. So. Dann machen wir uns jetzt gleich auf in unsere Heimatstadt. Ich möchte kurz mein Pokémon-Team heilen. Weiß jetzt so, ich finde den richtigen Weg. Das habe ich gerade eben nicht getan. So. Ich muss jetzt natürlich mein Team wieder heilen, weil wir können nämlich danach nach Alabas hier. Ich glaube, danach haben wir nicht mehr viel zu tun hier. Den ganzen legendären Pokémon fangen wir eigentlich... Fangen wir nach der Pokémon-Liga. Nach dem Abschluss der Hauptstory. Und ich bereich jetzt zum ersten Mal dann auch von meiner Route ab. Ich werde keinem legigen Team nehmen. Ich werde Mewtwo dann irgendwann ins Team holen. Für Hypno. Aber nicht. Jetzt sind wir noch nicht. Bei weitem noch nicht. Wir müssen ja noch einiges tun. Wir müssen noch zwei Orden holen. Und dann müssen wir noch die Pokémon-Liga schaffen. So. Äh, genau. Weiß ich habe andere Plan. So. Ja. Wir reisen nach Alabas hier. Na, hast du ja gut gemacht, Pikachu. Wunderbar. Schön die... Schön die, äh, Dings-Girl und... Sabrina-Girl und... So schwer waren sie dann am Ende doch nicht. Ich hätte immer ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet, aber die haben wir nicht gekriegt. So. Okay, die müssen wir noch machen, die Route da hinten links. Aber erstmal gehen wir nach Alabas. Ja, wir müssen ja uns den nächsten Orden holen. Und das machen wir dann aber im nächsten Part. Bis dahin und tschüss.